Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde, sie ist überholt für die Lesben des 21. Jahrhunderts Das Outfit geht gar nicht Ich komme aus dem Büro Ich komme aus Joledo, ziehe ich mich deswegen so an Ich will mich hier nicht prostituieren Ich verreise Ich auch, das war mein Plan Wo fährst du hin? Tallahassee, Florida Ich bin so unglücklich Und genau deshalb verreisen wir zusammen, babe Wir regeln unseren Scheiß und scheißen auf den Rest Curly's Drive-Away, Pennsylvania's Top-Agentur für Autoüberführungen Curly will uns Nennen Sie mich nicht Curly Ist Ihr Name nicht Curly? Mein Name ist Curly, aber wir kennen uns nicht Ist mir zu vertraulich Wir wollen den Wagen holen Moment Sie riefen wegen einer Überführung nach Tallahassee an Und dann kamen diese Bräute hier rein und sagten, sie wollen nach Tallahassee Jetzt fahren die den Wagen anstelle von ihnen Ist das schlimm? Nur dann, wenn sie die Ware finden Was? Wir müssen nachsehen, was drin ist Bestimmt verschlossen Ich verstehe, dass Sie unglücklich sind, Sir Wir werden das Paket finden und liefern Wir wollen nur Ihre Freunde Hier fehlt das Gespür für Menschen, was in der Dienstleistungsbranche ein verdammtes Manko ist Haben die zwei Creeps euch gefunden? Die wissen, dass wir ihr Zeug haben, wir könnten Geld verlangen Koffi draus schlagen Wird nach den beiden jetzt gefahndet? Oh nein, sie haben nichts zu befürchten Ich helfe dir, einen Riesenmordverlauf zu klären Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe Und ich bin ein Kopf Wir sind sie Demokratinnen Wow, dann hattet ihr ja einen vollen Tag